Vielleicht ist Ihnen ja die folgende Neuerung auch schon aufgefallen. Ich habe hier so ein kurzes Intro mit ein paar Tippfehlern. Und wenn ich in den Textmodus gehe, sind bestimmte Worte mit roten Punkten versehen oder unterstrichen. Und dann kann ich auf diese Worte einen Rechtsklick machen und erhalte Korrekturvorschläge durch die Rechtschreibprüfung, die in Camtasia 2022 eingeführt wurde. Und kann das direkt korrigieren. Einmal hier. Hier vorne auch nochmal. Hier ist der Fehler. Und das Korrigieren. Was das Programm leider nicht erkennt, ist ein falsches Wort oder ein Wort in der falschen Sprache. Wie das hier zum Beispiel. Das wird leider nicht unterstrichen. Das ist aber im Deutschen leider auch falsch. Aber generell habe ich seit der Version 2022 eine Rechtschreibprüfung für alle textbasierten Callouts. Und das hilft schon mal sehr, um so dumme Tippfehler, die man dann erst spät im Video sieht, zu korrigieren. Und das hilft, es heilt die göttliche Kraft!